Hallo meine lieben Märchenfreunde, ich freue mich, dass ihr wieder bei mir reinschaut. Heute zum 4. November erzähle ich euch die Geschichte von Arekna Sam aus Armenien. Die Geschichte geht so. Vor langer Zeit, als der Erdball noch voller Wunder war, aber die guten und bösen Geister bereits Krieg untereinander führten und die Bösen den Menschen viel Schaden zufügten, während die guten Wunder vollbrachten, lebte am Fuße des Berges Ararat ein Fürst, Araman geheißen. Seine Frau war ihm gestorben. Seine drei Töchter waren alle schön und klug, aber die jüngste war die klügste und schönste von allen. Die guten Geister beschlossen sie später, wenn sie es wünschte, zum Mann werden zu lassen, denn der Fürst hatte sich vergeblich einen Sohn gewünscht. Da ihm der Geisterspruch bekannt war, freute er sich darauf. Ich werde sie trotzdem genauso erziehen wie meine zwei älteren Töchter, beschloss er. Ich werde sie auch als Mädchen kleiden, falls sie doch lieber ein Mädchen bleiben will. Die älteste Tochter hieß Samana Sam, die mittlere Samar Sam und die jüngste Arekna Sam. Obgleich sie als Mädchen heranwuchs, verachtete sie jede weibliche Arbeit und zeigte mehr Lust zum Reiten, verglückte sich mit der Jagd und focht sehr gern. Der Fürst lehrte sie auch mit Ross und Waffen umzugehen, damit sie mutig und unerschrocken werde. Eines Tages berief der Fürst seine drei Töchter zu sich und sagte, liebe Kinder, ich habe unserem Kaiser ehrlich und treu gedient. Nun bin ich alt und kann ihm nicht mehr beistehen. Ihr aber seid jung und gesund. Wer von euch will, als Junge gekleidet, zu ihm gehen und ihm dienen. Oh, ich, rief die Älteste. Nein, lieber ich, schrie die zweite. Nur die jüngste schlieg. Nun, Töchterlein, fragte der Fürst, und du hast keine Lust? Warum sollte ich nicht auch hingehen, sagte Arekna Sam, gelassen. Nun gut, sagte der Fürst, so müsst ihr euch alle drei einer Prüfung unterziehen. Was sollen wir tun, fragten die Töchter. Ihr sollt alle drei nacheinander am frühen Morgen, bevor die Hähnekrämen, in unseren Wäldern jagen. Und wer mit Wild zurückkommt, der darf zum Kaiser reiten. Samana-san suchte sich das beste Pferd und Jägerkleidung, nahm Waffen mit sich und zog pünktlich am anderen Morgen fort. Im Wald aber erblickte sie einen maskierten Jäger. Von Kopf bis zu den Füßen war er mit schweren Waffen behangen. Er ritt auf sie zu und schrie mit Schreck und schrie sie mit schrecklicher Stimme an. Jüngling, schöner Jüngling, wohin des Wegs? Das Mädchen erschrak und stotterte. Ich kenne den Weg nicht, kenne ihn nicht, aber kehre ich um, so werde ich als untauglich erklärt. So kehre sofort um, wenn du den Weg nicht weißt oder ich gebrauche mein Schwert, schrie er und zog das Schwert aus der Scheide. Das Mädchen begann sofort zu schreien. Tu mir nichts, tu mir nichts, ich bin doch nur ein armes Mädchen. Dann kehr heim, füttere die Hühner und stopfe Strümpfe. Mädchen haben im Wald nichts zu suchen. Es genügt nicht, sich als Mann zu verkleiden. Man muss auch ein Männerherz haben. Nach diesen Worten verschwand der Reiter. Daheim wunderte sich der Vater, als sie zurückkam und fragte, warum schon hier bringst du kein Bild? Ach, ein Fieber ergriff mich unterwegs, stammelte das Mädchen. Am anderen Morgen zog sich die zweite Tochter als Jägerin an, bestieg ihr Ross und ritt in den Wald. Aber es erging ihr nicht besser als der Ältesten. Auch sie kehrte mit leeren Händen zurück. Da kam der Morgen für Arachnassan. Ja, der Vater selber half ihr, die Rüstung anzulegen und sie ritt rasch davon. Kaum ist sie im Wald, der erblickt sie von einer Flucht aus den maskierten Reiter. Er fragt auch sie, wohin des Weges? Was geht dich mein Weg an? Gib ihn frei, du Räuber. Diese Worte solltest du mit deinem Leben einbüßen, schrie der fremde Reiter. Ich bin kein Räuber, der deinen Weg versperrt. Dass du ein Räuber bist, zeigt deine Maske. Aber was für einer, das werden erst deine Waffen zeigen, antwortete Arachnassan gelassen. Über eine Stunde dauerte ihr Zweikampf. Keiner gab nach. Die Kräfte des Maskierten ließen zuerst nach. Die Kräfte Arachnassans blieben frisch. Endlich hatte sie ihn aus dem Sattel gehoben und zum Boden geworfen. Da öffnete er sein Visier. Und jetzt erkannte Arachnassan ihren Vater. Sie erschrak, aber er zog sie an sein Herz und rief. Nun hast du bewiesen, dass du mir einen Sohn ersetzen kannst. In deiner Brust schlägt ein kühles Herz. Reite getrost zum Kaiser und tritt bei ihm in den Dienst. Dann erhoben sich beide und ritten in den Palast zurück. Am nächsten Morgen rüstete sich Arachnassan zur Reise und erreichte glücklich den Kaiserhof. Dort stellte sie sich als Arek, Sohn des Fürsten Arman, vor. Ich wusste nicht, dass der Fürst auch einen Sohn hat. Sei mir willkommen. Der Kaiser hatte eine einzige Tochter. Sie hieß Nunufar. Und als sie Arek zum ersten Mal erblickte, erkannte sie sofort in ihm den Jüngling, den sie schon so oft in ihren Träumen gesehen hatte und freute sich, dass er jetzt endlich gekommen war. Am anderen Morgen durfte Arek sich das beste Pferd und die herrlichste Rüstung aussuchen. Und der Kaiser nahm ihn mit auf die Jagd. Arek jagte immer in der Nähe des Kaisers und als dieser einen Hirsch verfolgte, strauchelte sein Pferd. Als Arek ihm beistehen wollte, sah er dicht vor dem Kaiser einen großen, grimmigen Bären. Der hatte schon zum Sprung angesetzt, als Arek wie ein Pfeil heransprang und den mächtigen Schädel des Bären mit einem Schwertstreich spaltete. Der Kaiser umarmte Arek und dankte ihm. Er war der Held des kaiserlichen Hofes geworden. Die Neider aber, die dem jungen neuen Höfling das Ansehen nicht gönnten, schmolten und erzählten überall, auch sie hätten den Kaiser retten können. Aber als sie ins Schloss zurückkamen, konnten sie nicht verhindern, dass das Volk ausrieb. Lang lebe der Kaiser und gleich darauf, lang lebe der mutige Retter Arek. Der zum ersten Mal seufzte Arek und dachte, ach, wäre ich doch wirklich ein Mann. Der Kaiser aber umarmte ihn zum zweiten Mal und sagte, ich will dich wie meinen Sohn und einen echten Prinzen halten und du kannst dir von mir wünschen, was du willst. Nunu fahr aber, bewunderte Arek nun noch viel mehr. Sie sah ihn mit brennenden Augen an und hoffte, er würde als Lohn ihre Hand erbitten. Da Arek sich aber nicht nach ihr umsah, beschloss sie, ihn heimlich am Abend zu sich zu holen. Warum sollte sie das auch nicht? Konnte sie ihm noch nicht einmal allein für die Errettung ihres Vaters danken? Sie klatschte in die Hände und befahl ihrer Dienerin, Arek, zu sich zu rufen. Die Dienerin richtete die Botschaft aus, aber Arek sagte, nein, ich komme nicht. Warum willst du nicht kommen, Herr? Meine Herrin bittet dich so sehr. Hast du nicht gesehen, wie schön sie ist? Oh, wäre ich doch ein wirklicher Mann, überlegte Arek zum zweiten Mal. An diesem Tage und abermals sagte er, ich will nicht, das genügt. Die Dienerin richtete es so aus, wie Arek es gesagt hatte und Nulufa erschrak vor Kummer und Aufregung darüber. Die Dienerin versuchte, ihre Herren zu trösten. Sicherlich schämte er sich vor der Tochter des Kaisers. Er errötete wie eine Rose und wurde dabei noch viel schöner. Darüber erkrankte die Kaisertochter nur noch viel mehr. Der Kaiserberiet berief die besten Ärzte. Sie untersuchten sie, sie konnten aber keine Krankheit feststellen. Die Frau des verstorbenen Ministers wurde als Krankenwärterin zur Prinzessin berufen. Sie hatte einen einzigen Sohn und sie hoffte so lange, dass dieser der einst der Schwiegersohn des Kaisers und der Gemahl der Prinzessin werden sollte. Darum pflegte sie die Prinzessin sehr sorgfältig. Eines Tages nun kam der kaiserliche Spaßmacher herein und fragte, Prinzessin, was gibst du mir, wenn ich dich heile? So sage es mir, jammerte die Kaisertochter. Da fragte sie der Spaßmacher, wenn du von eins, wenn du von zwei eins wegnimmst und nachher wieder eins zulegst, werden es dann wieder zwei? Aber bestimmt, sagte die Prinzessin, wenn ich von zwei Äpfeln einen gegessen habe und wieder einen neuen dazu tue, so habe ich doch wieder zwei. Ach, ich dachte, lachte der Spaßmacher, was gegessen ist gegessen, was verloren ist verloren, was geliebt ist unersetzbar. Warum schätzt sonst die Frau des Ministers Witt? Warum wäre sonst die Frau des Ministers Witwe geblieben? Nicht jeder kann ihr den Mann, den sie liebte, ersetzen. So wird auch euch, die Frau des Ministers, wenig helfen. Gebe man aber Arek zu Nunufa, so würdest du gesund. Kaum hatte der Mann ausgesungen, so machte er einige Sprünge und lief fluchtartig davon. Die Frau des Ministers aber, die Nunufa für ihren Sohn haben wollte, erschrak bei diesen Worten und beschloss, Arek aus dem Weg zu räumen. Am nächsten Morgen begab sie sich zum Kaiser und sagte, seit heute Nacht weiß ich, wie Nunufa zu heilen ist. Im Traum sagte eine Stimme zu mir, wenn Arek ihr das Wasser des Lebens holte, wurde sie sofort gesund. Als der Kaiser das gehört hatte, rief er Arek zu sich und bat ihn, liebster Arek, wenn du mir eine Flasche vom Wasser des Lebens holst, so bekommst du mein ganzes Reich und meine Tochter dazu. Gewitter, entgegnete Arek, auch ohne das Versprechen will ich es holen, aber wo ist es zu finden? Das weiß ich auch nicht, die guten Geister mögen es dir enthüllen. Wende dich mit dem Gesicht nach Westen, durchreise viele Länder und viele Königreiche und findest du das Wasser des Lebens nicht, so wird deine Mühe auch nicht umsonst sein, denn dann hast du viel gesehen und viel gelernt. Arek nahm sein Pferd, das in einem Tag eine viertägige Strecke durcheilen konnte, und zog gen Westen. Viele Reiche durchschritt er, vieles erlebte er, Gutes und Böses, bis er eines Tages an ein Seben verkam. Er bat sein Pferd, das Basik hieß, an einen Baum und sah eine Schar Tauben, die sich neben ihm niederließen. Aber wie erstaunt war er. Sonderbare Tauben waren es. Sie streiften ihr Federkleid ab und wurden zu schönen Jungfrauen, die im See badeten. Rasch lief er zu den Federkleidern und versteckte eines davon. Die Taubenmädchen verließen bald darauf das Wasser, zogen ihre Federkleider wieder über und flogen als Tauben davon. Nur eine blieb zurück. Nackt stand sie am Ufer und schaute ängstlich um sich. Um nicht länger nackt zu sein, sprang sie wieder ins Wasser. Und als sie Arek erblickte, der ihr Federgewand in der Hand hielt, sangen sie, »Gibst du mir mein Federkleid, werd ich im fernen Leben Männlichkeit und Bart dir geben.« Arek erfreute das Lied. »Sing es nochmal«, bat er. Das Taubenmädchen sang abermals und diesmal griff Arek an seinen Mund. Das Federkleid entfiel seiner Hand, denn er fühlte einen Bart über den Lippen. Und im glatten Spiegel des Wassers erblickte er ein anderes Gesicht als vorher. Ein schöner schwarzer Schnurrbart zierte seine Oberlippe. »Ach«, rief er jubelnd, »ach, jetzt bin ich ein richtiger Arek, ein Mann!« Da hörte er über sich ein Singen. »Gruh, Gruh, Gruh!« Arek schaute auf und rief der Taube zu. »Du hast mir ein großes Geschenk gemacht. Kannst du mir nicht auch noch das Wasser des Lebens verschaffen?« Die Taube erhob sich in die Lüfte und flog davon. Verging lange Zeit oder verging kurze Zeit? Arek drehte sein Bärtchen und bewunderte sein neues Männergesicht im Seespiegel. Er merkte es kaum. Aber als die Taube zurückkam, brachte sie in einem Gefäß das Wasser des Lebens. Da zog Arek vergnügt und zufrieden seines Weges. Er wollte rasch zurück, denn jetzt brauchte er in Hunofar nicht länger ausweichen. Jetzt war er ja kein Mädchen mehr, sondern ein Mann, der sie heiraten konnte. Aber vor Freude achtete er nicht auf den Weg. Und plötzlich stand er unvermittelt vor den Türmen und Häusern einer großen fremden Stadt. Vor dem Stadttor sah er eine Wache. Er fragte sie nach dem Namen der Stadt und nach einer Herberge. Aber die Wache gab keine Antwort. Und als er sie anstieß, merkte er, dass sie versteinert war. Mutig trat er in die Stadt ein und entdeckte sehr bald, dass die ganze Stadt versteinert war. Bei jedem Schritt, bei jeder Wendung erblickte er neue, versteinerte Menschen, sitzend, stehend oder liegend. Er kam auf einen Markt. Der Händler und der Käufer standen nebeneinander, ihre geöffneten Geldbörsen in der Hand. Versteinert war alles, was er sah. Da schrie er, hu hu, in der Hoffnung, irgendeine Antwort zu hören. Endlich erklang von fern ein Echo. Er horchte und vernahm schließlich die Worte Verstein, Verstein. Nun ging er der Stimme nach und kam zu einem Palast. Auch hier war alles zu Steinen erstarrt. Selbst der Strahl des Springbrunnens war versteinert. Die Blumen noch frisch in den Farben. Versteinert waren noch sie. Aber endlich fand er im Garten einen Mann, der nur zur Hälfte versteinert war. Wasser, Wasser, leilte er. Kaum hörbar. Aber auch das Wasser war versteinert. Da besann sich Arek, dass er ja das Wasser des Lebens bei sich trug. Er griff zu dem Gefäß. Trinkt, sagte er, trinkt. Und rasch flößte er dem Manne vom Wasser des Lebens ein. Siehe, er erwacht zum Leben. Aber kaum steht er auf seinen Beinen, so ruft er angstvoll. Lauf, Söhnchen, lauf, damit uns die Alte nicht findet. Wer ist denn die Alte? fragte Arek. Ach, stöhnte der Mann, eine furchtbare Zauberin, die meine ganze Stadt und mein ganzes Volk versteinert hat. Ich war der Kaiser der Stadt und mich hat sie nur zur Hälfte versteinert, damit sie mich täglich quälen kann. Kannst du mir sagen, worin die Kraft der Hexe liegt? fragte Arek. Das kann ich, in einem Stab, den sie immer mit sich trägt. Nun, rief Arek, dann ist es leicht. Ich werde ihr den Stab abnehmen. Kaum hatte er das gesagt, so gewahrten sie am Himmel auf einem Besen reitend die Hexe. Sie gingen ihr beide entgegen. Die Alte aber hatte mehrere Stäbe. Sie nahm einen Stab nur zur Hand und zischte den Kaiser zornig an. Was Stein war, soll Stein bleiben. Aber bevor sie den Kaiser mit ihrem Stab berührt hatte, schlug ihr Arek den Stab aus der Hand und fesselte sie an Händen und Füßen. Alle ihre anderen Zauberstäbe nahm er ihr ab und nun konnte sie keinen Schaden mehr anrichten. Wie soll ich dich für deine Untaten bestrafen? schrie der Kaiser. Da lachte die Hexe und sagte, mich kannst du erst bestrafen, wenn einmal ein Mädchen sich in einen Mann verwandelt. Darauf aber kannst du lange warten. Der Kaiser antwortete nicht darauf und auch Arek sagte nichts. Aber er trat näher zur alten Hexe, denn nun wusste er genau, dass es mit der Hexe Macht zu Ende war. Doch bevor er ihr das Leben nahm, fragte er sie. Wie aber kann man die Menschen des versteinerten Reiches zum Leben erwecken? Wieder lachte die Alte. Das könnte man nur, wenn einer in den Springbrunnen einige Tropfen vom Wasser des Lebens göße. Aber das Wasser des Lebens liegt fern hinter den Bergen und nur das Mädchen, das der einst zum Mann werden wird und auch ebenso unterschrumpen wie ein Mann ist, kann das Wasser des Lebens bekommen. Da holte Arek rasch sein Gefäß hervor und ließ einige Tropfen in den versteinerten Springbrunnen fallen. Sofort hub es an zu donnern und es gab ein Krachen und Dröhnen. Alle Menschen erhoben sich und die Hähne krähten und die Kühe muten und das Wasser begann zu fließen und die Kirchenglocken zu läuten. Keiner in der Stadt aber wusste, dass seit seiner Versteinerung 40 Jahre vergangen waren. Jetzt erwachten sie, als sei nichts geschehen und die Kaiserin, die gerade beim Essen gewesen war, löffelte ihre Suppe weiter und glaubte, sie habe nur ein bisschen geschlafen. Die Köchin in der Küche putzte das Gemüse und die Frauen kamen vom Markt zurück und trugen ihre Einkäufe heim. Was sollte man aber mit der Alten machen, die noch immer gefesselt am Boden lag? Ihr wurde immer kläglicher zumute, sie begann zu winseln und Arek um Erbarmen anzuflehen. Bist du der Mann, der als Mädchen geboren wurde? So habe Erbarmen mit mir und gib mir meine Zauberstäbe zurück. Arek aber hob die Stäbe auf und verwandelte die Alte zuerst in einen Esel. Dann nahm er einen zweiten Stab und verwandelte sie in ein Schwein. Grunzend wälzten sie sich am Boden. Schließlich hob er noch einen dritten Stab und da verwandelte er sie in eine Krähe und die flog krächzend davon. Arek wurde gefeiert wie ein großer Held und er musste die Nacht im Schlossel verbringen. Da aber träumte ihm, Nunufar wäre dem Tode nahe und leide im Sterben. Er erwachte aber, war sehr erschrocken, sattelte noch in der Nacht sein Ross und verließ heimlich die Stadt. Ohne Hindernisse, ohne sich zu verirren, kam er viel rascher, als er gehofft hatte, zum Kaiserschloss zurück. Und wirklich, Nunufar war kränker und kränker geworden. So sehr grämte sie sich, weil die Frau des Ministers Arek nach dem Wasser des Lebens geschickt hatte. Sie hatten schon alle Hoffnung aufgegeben, ihn je wiederzusehen. Arek aber sprang sofort von seinem Ross und eilte nach den Gemächern der Kaiserstochter. Er träufelte ihr vom Wasser des Lebens ein und sie siehe, da schlug sie die Augen auf und Farbe kam in ihr Gesicht zurück. Der Kaiser umarmte Arek von Dankbarkeit. Schon am anderen Tag heiratete Arek Nunufar und 40 Tage und 40 Nächte dauerte die Hochzeit. Nach der Hochzeit aber nahm er sein Brot und fuhr mit seiner jungen Frau auf den See hinaus. Dort, inmitten des Sees, versenkte er die Zauberstäbe der bösen Hexe in den Fluten. Und da ruhen sie noch heute und können nicht mehr zaubern. Wenn euch das Märchen gefallen hat, gebt mir ein Like, schreibt hier unten etwas in die Kommentare und abonniert meinen Kanal, wenn ihr mögt. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und verliert nie euren Zauber. Zauberstaat